Ich hab's wieder gelöst. Da hat er's. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Geh da rüber. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Ich will hier raus. Ich hab Platz angesehen. Ich hab Platz angesehen. So, jetzt lese ich mal den Produktcode vor. Piep, 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 piep. Piep. Ein vierstelliger oder fünfstelliger Produktcode. Sehr schön. Von was? Von Portal. Achso. Ja. Das ist der letzte Test der Standardstrecke. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Ja. Hahaha. Ach du Scheiße. Da muss ich durch. Nee, du musst da durch. Ja, gut. Ja, ja, da muss ich mich um die scheiß Portale kümmern, ne? Ja. Da eins und da eins. Da eins. Wo eins? Ah, verstehe. Und, ja. Ab da an musst du dich kümmern. Weil ich ab da nicht mehr durchschießen kann. Da kannst du jetzt schön aus meinen... Eigentlich müsstest du das machen, weil du am Aufnehmen bist. Wieso? So. Oh. Nein. Hahaha. Wie geil. Wie geil das aussah. Warte, jetzt... Nein, kann ich ja nicht. Halt. Ach, ich kann hier umwandeln. Kannst du das umkehren? Ja. Warte bei drei, ja? Eins, zwei, drei. Los. Und jetzt über dir schießen. Schießen über dir. Und jetzt da unten schießen. Nein. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du. Locker. Bist du da? Naja. Kann ich da tun. Du hast aber dann... Nee, noch nicht. Jetzt. Das machst du ganz toll. Vorsicht, ne Tourette. So ein Typ mit Tourette so und rum. Los. Nein, nein. Aus, 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 aus. Nein. Oh, Mann. Alter. Das ist schwerer, als es aussieht. Ach, nee. Soll ich mal? Ich will es jetzt auch mal machen, ja? Ja, gut. Viel Glück Du wirst es brauchen Ja, ich weiß Äh, welches habe ich da? Ah, du musst gleich umkehren, ne? Drei, zwei, eins, los Ich habe den Knopf verfehlt Der ist ja auch so klein Andere Richtung Und Bam Wow Da war so ein Scheißteil, stimmt Bist du normal, oder soll ich? Ich mache wohl nochmal Ja gut Wir wechseln uns immer im Zweier Dinger ab Okay bei drei, ne? Drei Ich rutsche immer wieder runter von dem Knopf Äh, ja, wann kann ich? Nein, nein Boah Der ist gut Okay, wann soll ich, ja, wann soll ich das machen? Ich sag Sag mir einen guten Moment Jetzt Nicht Egal, doch, es geht Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht Ja, 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 und Nein, ah, nein Ja, einfach jetzt so lassen Jetzt Ach, beim Zurückgehen haut der einen auch kaputt Okay, ich bin Setz ich Portale Das ist ja schon Feuerwurst Nach Und da Das ist so kacke Vor allen Dingen, dass man immer von Anfang an anfangen muss Ja, diesmal schappen, warte Diesmal schappen, warte Oh man Der krach Ja gut, nochmal Das war jetzt hier Das war unglaublich geil Das rote muss kratzen Musst auch mal jetzt sagen Wie geil Jetzt Ah, das siehst du doch Ja, was denn Aber zu schön, ey Ich klicke zu schön Halt mich davon ab, dass ich in dieses Scheißding reinkrafe Jetzt Jawohl, läuft Und jetzt Ja, ich muss da auch was, ne Was muss ich jetzt hier machen Ich weiß gar nicht, was ich machen soll Ah So weit war ich eben auch Das hab ich nur nicht gesehen Bist du da Ja Hau sie kaputt Hau die scheiß Turrets kaputt Ah Warte Warte, kann ich Du kannst doch Portale setzen Du kannst die Turrets damit Fahr da einfach rüber Fahr da, komm rüber Ach ja Ja, stimmt Dann greifst du die an Weil ich hab die Portale gesetzt Ja Ähm, da Äh, was war das? Weiß ich nicht Aber ich hab ne Idee Leite mal den Strahl Leite mal den Strahl Leite mal nur den Strahl Okay, hast du? Was soll ich leiten? Oh Nein Okay Stell auf ziehen Auf ziehen Ja, das hab ich doch eben gesagt Okay Und dann lass ich Wo sind die jetzt? Es lebt noch Schalt mal aus Schalt mal aus Schalt mal aus Schalt auf Es ist einfach zu geil Es lebt noch Soll ich da runter springen? Nein Ja Hieb hoch und werf weg Okay, wir brauchen den Würfel einfach nur, oder? Bietet sich an Ja, genau Stell auf Stell auf ziehen Ich geb dir mal nur den Würfel Ich bleib hier mal noch, ja? Okay Die Sonde kriegst du auch mit Scheiße, wo kommt der dann hin? Äh, da hinten kommt der Warte, das geht nicht Hä? Müsste ja nicht zerstört werden Von diesem komischen Feld Ähm Ja, das existiert irgendwie nicht mehr Und ich Keine Ahnung Ich kann ja schlecht gucken Setz das Wo ist der verdammte Würfel? Unter der Platte Wo? Zieh einfach weg und du kannst da runter gehen Zieh mal weg, das Portal Mach die Portale Dahin, dahin Also, einfach scheiß Es geht doch nicht Jetzt holst du den Würfel Ah, du bist so Geh von dem Knopf runter Geh von dem Knopf runter Geh runter Und geh hier hin Hier hin Los, nein Würfel Würfel, nein Ey Ey, ich war Wow René Ja Du würdest dich einfach da oben Auf das Gitter stellen Und den Würfel von da auffangen Und dann? Dann hättest du den Würfel auch gehabt Ich hab den Würfel doch Ja, toll Ja Und jetzt? Jetzt bringst du ihn da wieder hoch Soll ich rauskommen? Ich komm mal raus Ja, wir müssen ja eh nur noch da oben Wow Ach ja Wär ja eh nichts passieren Äh, du musst den Strahl hier nochmal reinleiten Ne? Ich komm jetzt auch nicht raus Ja, sofort Was ist das? Sofort? Andersrum Ja, wie denn? Wieder hoch Mein Freund, ich hab doch keine Ahnung Geh da einfach hoch Ich komm doch hier nicht hin Ich bin doch hier mittels Solltest du ja nicht runterspringen Du Vollposs Ich weiß es Ich hab's doch Jetzt Ich bin oben Ich bin oben Jetzt lass mich hier verdammt nochmal raus Und wie? Ah ja, ich muss das da durchleiten So Du triffst nicht, ist zu schief Nein Können wir die Aufnahme mal eben kurz pausieren? Jo Da sind wir wieder Weil wir Ja Hier waren so schlau und Das Internet war weg Deswegen, wir haben jetzt Ja So So weit sind wir jetzt hier Einblick So Wie eben Ja Kehr mal den Strahl um Nur dass wir halt den Würfel noch nicht haben Den bringt der gerade mit Ja und Wie machen wir das jetzt? Wo musst du den Würfel überhaupt hin? Weiß ich gar nicht Ich glaub den muss man mitnehmen Da Ja genau Hier da vorne ist so ein Teil Kann ich dich Kannst Kann ich Ja Geh raus Ab Also Einmal hoch Und jetzt müssen wir da mit dem Würfel durch Dieses Teil springen Arschbombe Ich hoffe ich schaff's Noch nicht mit dem Würfel springen Gut Ja jetzt Spring Das ist sicher Alles klar geschafft Herzlichen Glückwunsch Zum Abschluss der Standardstrecke Ehe wir weitermachen können Müsst ihr noch einen Test Außerhalb des Standardtestverlaufs abschließen Joho Bitte vermeidet dort draußen Diese albernen Gesten Alberne Gesten, Daniel? Hm Was ist das Winter gewesen, ja? Wenn wir nach dem Internet Kriegstfiguren getauscht hätten Ja Jetzt kann ich mein Krabbenbrötchen nicht zu Ende essen Das muss jetzt auch noch mal unbedingt der Werk werden Warte auf ihren Partner Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden Das was? E-Werk Die Verwaltung müssen es versehentlich von meinem Nutzentrend haben Sicher nur ein Verwaltungsziele Ja Die Verwaltung Die Verwaltung Da hast du recht Die Verwaltung Die Verwaltung Hallo Hey, wie kommt man da denn jetzt Tun Daniel Ihr solltet die Geschütze wieder vermeiden War nicht extra Ich war immer das Schild Äh, wollen wir einfach vorbeilaufen? Einfach vorbeilaufen Ja, wir laufen einfach vorbei Das wäre die Idee Genau Arschmammel Musst du das eigentlich jedes Mal rufen, wenn du in den Streitern anspringst? Ja Das hast du Ganz toll gemacht Hauptsache seine Portale stehen noch Ich hab Angst Guck dir mal meine Perspektive an Darfst aber auf keinen Fall ein Portal setzen Ja Ist ja ein bisschen bitter Diesmal springst du vernünftig Wie soll ich denn hier springen? Darfst du